Making. Was bedeutet das eigentlich? In diesem Kapitel lernen Sie, was es damit auf sich hat. Making umfasst ein breites Themengebiet und reicht von einfachen Handarbeiten wie Nähen und Sticken über Programmier- und Elektronikprojekte bis hin zu komplexen Vorhaben, bei denen Maschinen wie 3D-Drucker ihre Anwendung finden. Die Assoziationen mit diesem Begriff variieren von Person zu Person, besitzen aber einen gemeinsamen Kern. Aus diesem Grund erläutern wir im ersten Schritt, was Making für uns bedeutet. Beim Durcharbeiten dieses Kurses werden Sie eventuell über fremde Vokabeln stolpern. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir daher ein nach Kategorien sortiertes Glossar erstellt, in dem Sie die Entsprechungen von Abkürzungen wie beispielsweise CAD oder DIY sowie die Definitionen und Begriffe wie Filament und Extruder nachschauen können. Beim Making geht es darum, kreative Lösungen für vorgegebene Problemstellungen zu finden. Selber machen ist dabei ein zentrales Element und sich selbstweit ein Stück zu verwirklichen und eigene Ideen in die Tat umzusetzen, gehört auch dazu. Fehler sind hierbei keinesfalls hinderliche Ärgernisse, sondern ein wichtiges Werkzeug, um daraus zu lernen und die eigene Lösung Schritt für Schritt weiter zu verbessern. Natürlich gibt es Standards und Empfehlungen zum Vorgehen, wie den Build-Measure-Learn-Zyklus nach Ries, aber einen falschen Ansatz gibt es hier einfach nicht. Darüber hinaus erläutern wir, welche Kompetenzen für Making hilfreich sind und welche Chancen für den Unterricht bestehen, beziehungsweise was sich hinter dem Begriff Maker Education verbirgt. Übrigens, vermutlich sind auch Sie, wenn auch vielleicht unbewusst, bereits einmal mit dem Thema Making in Berührung gekommen. Hierfür ist es nämlich keinesfalls notwendig, eine Maschine wie einen 3D-Drucker vor sich zu haben. Es kann auch das gute alte Gummiband sein, das zum Befestigen des Schlüssels im Schloss an die Türklinke gebunden wird, damit der Schlüssel beim Schließen der Tür endlich nicht mehr herunterfällt.